Willkommen zur UNN-Rekrutierungsstation Ramsey Center. Bitte vor Sie gehen Sie in den Antigrafschacht, um zum Rekrutierungszentrum auf der Staatenebene zu kommen. Bevor Sie Ihre Karriere wählen sollten, wenn Sie die Grundausbildung beendet haben, können Sie hier... Hier entscheiden Sie sich, Soldat. Sie verpflichten sich für eine der drei Waffengattungen. Die OS-A heißt Sie auf der Orbitalstation Chun-Loh willkommen. Spüren Sie schon, wie die Grenzen Ihres Geistes erweitert werden? Die sensorischen Deprivationstanks an Bord der TOS Chun-Loh sind auf Sie vorbereitet. Ihr Körper wurde vernachlässigt. Auf I.O. werden Sie Soldaten finden, die in Ihre... Viele Bedrohungen kann man nur von... Insgesamt gesehen sind Individuen nur so wichtig wie... Terrorakte und Wirtschaftskonflikte stören die Stabilität. Vorsicht! Ich erhalte seltsame Signale von der Radarschüssel vor dem Fenster. Sie ist instabil geworden, weil... Schnell! In Deckung! Druckverlustbefahrt im Kryo-Erholungstraum. Sofort in Ihrem Nieren. Der gesamte Sektor verliert Druck und das blaue Fahrzeug hält nicht mehr lange durch. Sie müssen durch eine sichere Luftschleuse, bevor Sie in den Raum hinaus gesaugt werden. Schnell! Warnung! Druckverlust steht unmittelbar bevor. Bedienen Sie sich sofort zu Kryo-Erholungstraum B. Druckverlust steht unmittelbar bevor. Diese Batterie ist leer. In der Nähe müsste sich eine Ladestation befinden. Wenn Sie sie aktivieren, werden alle Ihre elektrischen Geräte aufgeladen. Nachdem die Batterie wieder geladen ist, müssen Sie sie in das Hilfsenergie-Modul stecken. Dann öffnet sich die Schleusentür. Beeilung! Die Vakuumabschottungen halten nicht mehr lange. Gut. Sie haben es geschafft, bevor die Luft aus dem ganzen Bereich entwichen war. Ich habe Ihnen gerade Cyber-Module übermittelt. Sie können damit Ihr Cyber-Interface an den Upgrade-Einheiten in diesem Bereich aufrüsten. Es gibt vier Arten von Einheiten im nächsten Raum. Eine für jedes Cyber-Subsystem. Statistik, PSI, Waffen und Technik. Aber setzen Sie die Module überlegt ein. Sie sind schwer aufzutreiben. Wir empfehlen Sie die Sie müssen mit dem Namen für den Stein. Gas auf denآن nehmen Sie die. Esẽ nur wirklich beim nächsten Mal. Hングre cyst damit. Wenn mich dieadaş auch auf ein paar Le Pandoren haben. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Masse ist starr! Unser Hau! Auf den meisten Decks finden Sie ein Quanten-Bio-Rekonstruktionsgerät. Xerxes hat sie alle deaktiviert, aber ich habe sie heimlich wieder angeschaltet. Sie müssen allerdings jedes Gerät einzeln bedienen, um eine Quanten-Rückhalteprobe zu liefern. Danach kann das Gerät ihren Körper quasi aus dem Nichts rekonstruieren. Das ist nicht angenehm, aber der langsamen Verwesung vorzuziehen. Verdammt! Der Stromausfall hat den Zugang zu diesem Shot gesperrt. Das ist der einzige Weg in den Medizinbereich. Heben Sie die Batterie auf und suchen Sie eine Ladestation. Die Station, die Sie vorhin benutzt haben, ist jetzt im Vakuum. Aber auf diesem Deck müsste sich eine weitere befinden. Sobald die Batterie aufgeladen ist, stecken Sie sie in das Hilfsenergie-Modul. Hieber des Zulcher-Dingar Hier sticht Sankrise. Melden Sie unseren Mitgliedbarten vor Gesetzen bitte alle illegalen Daten überzugreifen. Wenden Sie der Flasher. Verdammt! Jemand hat sich in den Tastec eingekackt. Ich muss das Delacroix sagen. Xerxes, dieser verdammte Computer hat den Aufzug ebenfalls ausgeschaltet. Aber sie können beim Reaktorkern auf Deck 1 Strom umleiten und damit den Aufzug aktivieren. Allerdings können sie ja nicht mit dem Aufzug hinunter. Moment. Es gibt einen Wartungsschacht von diesem Korridor aus. Damit können sie zu Deck 1 vordringen. Allerdings ist er versperrt und Xerxes verbirgt den Code. Dr. Watts müsste den Code dafür haben. Er ist wahrscheinlich im Crew-Bereich. Grassi hat die Zugangskarte dafür, aber er ist im Medizinbereich, vermutlich in der Nähe des Biopsielabors. Gehen Sie in den Medizinbereich und finden Sie Grassi. Jedes Deck hat ein Chemikalienlager, wo Sie die Rohstoffe finden, die Sie bei der Erforschung der Artefakte benötigen werden. Versuchen Sie nicht, alle Chemikalien gleichzeitig mit sich herumzutragen. Das wäre unpraktisch und unnötig. Ihre Forschungssoftware wird Ihnen sagen, welche Chemikalien Sie wann brauchen. Das wäre unpraktisch. Das wäre unpraktisch. Servus ist ein Schlafiss. Denken Sie daran, dass der illegale Einsatz von Feuerwaffen an Bombi von Braun als Wettbeeren dritten Gratis wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ich sende die Cyber-Module. Ich stelle die Cyber-Module. Das war's für heute. Gut, Sie sind im Sanitätsbereich. Finden Sie jetzt Grassi und besorgen Sie sich die Zugangskarte für den Besatzungsbereich. Er ihren Kryoschlaf überwacht und will sich Ihnen vielleicht anschließen, falls er nicht schon abgeschlachtet wurde. Zugang erforderlich. Eindringling, die Masse muss wissen, was Sie vorhaben. Sind Sie mit Ihr Verbündeten? Kennen Sie denn Ihre Ziele und Ihre Geschichte nicht? Sie versuchte einst, Ihre Gattung zu vernichten. Und jetzt gehorchen Sie mit. Eindringling betritt Sanitätsbereich an. Eindringling Oh, 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 oh. Die Klasse R Ich würde das selbsthypnotische Defekte in den Einheiten der Klasse R nennen. Lassen Sie sich dadurch nicht von Ihrem Auftrag abhalten. Die Klasse R nennen die Klasse R nennen die Klasse R nennen. Warum beharrst du auf deiner Seite etwas? Ich bin nicht hier vor. Was ist das? Die Klasse R nennen die Klasse R nennen. Wo sind denn alle? Was ist denn jetzt rein? Hallo? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was ist ein Regentropfen im Vergleich zu einem Gewitter? Was ist ein Gedanke im Vergleich zu einem Geist? Unsere Einheit ist voller Wunder, die eure winzige Individualität nicht einmal erahnen kann. Hervorragend. Ich sende Ihnen einige Cybermodule. Überlegen Sie gut, wozu Sie sie verwenden. Gut, Sie sind jetzt im Crew-Bereich. Suchen Sie jetzt Dr. Watts' Büro. Die Armut... Die Armut... Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Stärke aktiviert. Die Wachen sind alarmiert worden. Ein Dringling. Der Ruhm der Masse verlangt, dass sie gefangen oder vernichtet werden. Der Ruhm der Masse verlangt. Der Ruhm der Masse verlangt. Dein Bleib. Du kannst dich nicht ewig verstehen. Der Ruhm der Masse verlangt. Der Ruhm der Masse verlangt. Der Ruhm der Masse verlangt. Lauf! Wurz ist nicht hier, also ist er wohl in seinem Büro im Forschungsbereich. Vielleicht hat er hier irgendwo noch eine Forschungszugangskarte. Sehen Sie sich einmal oben. Hervorragend. Ich sende Ihnen einige Cybermodule. Überlegen Sie gut, wozu Sie sie verwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Etwa dein Lied ist nicht unser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stärke die Atomia. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stärke aktiviert. Stärke aktiviert. Wir fangen an. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Gut gemacht. Ich sende Ihnen einige Cyber-Module. Suchen Sie möglichst schnell eine Upgrade-Einheit, damit Sie Ihr Interface verbessern können. Dr. Watts lebt und ist in seinem Büro. Er müsste den Code für den Wartungsschacht kennen. Schnell, er ist schwer verwundet. Lassen Sie ihn nicht sterben, bevor er Ihnen die Nummer mitgeteilt hat. Nein! Die Masse ist stark! Sie sind nicht tot. Sie wollen dich, verstehst du? Sie wollen dich als Wirtskörper. Hau ab! Du hast uns verlassen! Sie wollen dich, wenn Sie ein Produkt gegeben haben. Nein! Ihr wollt! Stärke deaktiviert. Stärke deaktiviert. Stärke deaktiviert. Stärke deaktiviert. Stärke deaktiviert. Stärke deaktiviert. Die Masse! Stärke deaktiviert. Die Masse! 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 Die Masse!